Mein Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von LegionTD2 im Ranglistenmodus. Wir nehmen einfach mal Auszahlung. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Oh, das wäre auch nicht verkehrt. Double Buff von der Heiligen Rächerin und vom Albtraum. Das machen wir. Das machen wir. Das wird krass. Ja, hier könnte ein Ei rauskommen. Das müssen wir aber beobachten. Damit passiert erstmal nichts, das ist klar. Ich werde dann wahrscheinlich Haurochse hier hinstellen. Dahinter APS. Das klingt nach einem guten Plan. Er hat den Verkauf für ein Schwein. Okay, aber diesen Move musste ich zum Glück nicht machen, weil ich durch die Auszahlung die Rächerin sofort bauen konnte. Jetzt habe ich schon fünf Wochen am Start. Das ist geil. Ich hoffe, dass das Todes hätte es theoretisch auch getan. Wir wollen doch mal eine Schnecke rein. 2. 2. Soll ich rausgehen wahrscheinlich. Aber geradezu nicht. Da komme ich durch. 1. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Ochsen, hier den Ochsen, hier den APS, wir können Split machen. Klingt doch nicht verkehrt. Das ging nicht verkehrt. Na, Bauchschlag. Einzelblut ist doch Chichon. Hm. Hm, 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 hm. Dann werde ich weiter in Kino auf. holy shit ist ja alles durchgekommen hat keinen geht geht so nummer eins ja ja auf neun schicken sieht schon sehr komisch aus aber es macht ja am ende sind gut rein ansonsten stich ja es baut sich langsam auf kriegen eine extra rein sehr gut dann gehe ich auf die elf wahrscheinlich holy shit da ist schon ordentlich was durchgekommen da gibt es auf die fresse ach du scheiße so nummer zwei nummer zwei steht machen wir es so ja gar kein problem beide durch geil ja es wird schon nicht schaffen ja auch nicht der kommt auch durch und bei mir auch die die seltener so machen wir das das sieht auch schon gut aus das sieht schon richtig gut aus dabei habe ich die halbtrümmer nicht mehr platziert sondern nur die beiden und die haben jetzt auch nur den abs den also jetzt den helden buff noch klar aber mehr noch nicht ja loko das könnte es schon gewesen sein ja das war's oh da konnte ich meine kompo gar nicht bauen schade aber wenigstens mal wieder gewonnen nicht ja perfekt das war eine weitere Runde Liedchen schaut euch gerne bei anderen Videos mit vorbei lasst ein Like und ein Abo da wenn ihr mehr sehen wollt bis dahin einen spannenden Tag ach so bis zum nächsten Mal ciao